Hier sind wir. Ich erinnere mich daran, dass hier meistens alles gescheitert ist. Scheiße. Du musst die Wand anvisieren, sonst wird das nix beim Hacken. Ich wünsche dir der Adler, der könnte mir sagen, was in den Kisten drin ist. Jetzt lasse ich ihn nochmal liegen und gebe dann die Kiste ran. Toll, Aufschlaghilse, voll. Hab ich noch tödliche Bomben? Ich hab noch tödliche Bomben. Ich fand das keiner interessant. Scheiße. Idiota. Los, los. Los, los! Oh! Fuck ey! Der war schon tot und hat mich dann trotzdem noch gesehen. Dieser Penner. Kannste aber widmen Sie mir jetzt wenigstens meine Ressourcen wieder zurückholen. Es geht ja mal gar nicht hier. Es ging so gut los ey. Okay. Okay, verstehe. Er ist über mir. Und ja, so sieht das aus, wenn ich keinen Sinn mehr im Schleichen sehe. Einzelner Rampage Mode. Ich habe ja genug kugeln, ne? Leider macht es andersrum mehr Spaß. Aber dann sollte mich das Spiel einfach desynchronisieren und mir nicht so einen Blödsinn auflegen. Ja, lass mich hier entdecken. Weil durchragen kann ich auch. So fehlt da irgendwie die Herausforderung. Und meinetwegen auch so. So. Sind wir jetzt durch, weil... Lange braucht das hier eh nicht mehr gehen, denn... Jetzt ist sowieso jeder tot, der mir begegnet. Durchsucht jeden Schatten. So, haben wir denn noch ein paar Bomben übrig, die wir... ...basteln müssen. So, am besten gleich mal Material nachordern. Man weiß ja nie, ne? Boah, so viel Bombenmaterial. Ist wahrscheinlich alles voll. So, wie komme ich denn da am blödesten hin? Boah, sieht nach einem ganz guten Weg aus. Die Mützke... Ach ja. Das war immer sehr nerven... ...aufreibend hier unten. Weil hier denn tatsächlich irgendwie mal so vorbeizukommen, dass... ...die einen nicht sehen, ist echt ne Nummer. Für sich. Wenn man nicht sowieso schon entdeckt wurde. Mann, war das dämlich. Ein Idiot! Ach, wir machen das auf die altmodische Art. Los! Kommt, Leute! Na, wer will? Du willst! Du wolltest! Na, wir wollen mal gar nicht so anfangen, Leute. Moment. Okay, alle, die einen Speer haben, stellen sie jetzt bitte hinten an. Ich sag dir, stellt euch hinten an. Na komm, Tänzchen oder richtig? Tänzchen, okay. Okay. Keine Zeit für sowas. Spreng ich mich mit meiner eigenen Bombe vom Balken runter? Wie blöd kann man eigentlich sein? Naja, fürs nächste Mal dann. Ich fing gerade an, gefallen an den Bomben zu finden. Jetzt ist wieder alles weg. Wie unrealistisch, dass mir da ein Balken im Weg ist und dann die Bombe zurückfeuert. Pff! Wäre so cool gewesen, hier wenigstens ein paar Assassinenbomben reinzuschmeißen. Dann wiederhol's doch! Nö! Ich lass mich nicht mehr von diesen dummen Dungeons ärgern. Uh, lass mich raten, das Verborgen der Geheimnis sind zwei Platten in der Wand. Eine Platte in der Wand. Wird gut. Oh, Mann. Ich sollte hier Osuv rumschicken. Einen in jedem Gullideckel dieser Stadt blicken lassen. Dann finden wir diese hier schneller. Was ist das für eine Schriftrolle? Eine Karte. Ob sie hinten immer dunkler wird oder ob sie auch immer heller wird. Ich glaube ich renne einfach auf der Stelle und die Beleuchtung bleibt gleich. Hier ist glaube ich im dunkelsten. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio, che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit tausend Jahren verschollen. Nicolopollo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Hm. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia. Könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Das Spiel bräuchte immer so ein Feature, wo man einfach mal die Kapuze abnehmen kann. Dann sieht man nicht nur den grauen Bart, sondern auch nur sein schwarzes Haupt da. Wollen wir jetzt noch mit ihr reden? Offenbar nicht. Sie ist vertieft in diese Karte. Ich habe etwas übrig für so eine Büchermädchen. Ich weiß auch nicht, warum. Ging schon damals bei Belle so los. Yusuf. Salute. Eri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altair's Schlüssel. Ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier. Siehe, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar. Den Söldnern beim Arsenal. Und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas steckig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Grazie. Tschüss. Tschüss. Tschüss.